Musik Weißt du, was das Ärgste ist? Wenn Frauen so in meinem Alter, wie ich sage, naja, ich war früher auch mal recht schlank, aber wisst ihr, was wichtig ist? Weil sie mal gesund sind. Ja sicher! Das ist auch so jung, wenn man schön ist. Super, dass man gesund ist. Das Video ist jetzt für alle, die nicht wissen, was das ist und die nicht wissen, wer ich bin. Ich bin die Frau Göl. Wer kann, wer kann in seinem Leben schon behaupten, er hat der Maite Kelly einen veganen Furz gespendet. Wie finde ich das? Putschi! Das heißt Scheiß. Das heißt einfach nur, dass du einen Scheiß lassen. Und irgendwann kommt da so eine heilige Kirchengeherin immer live und sagt, Bist du religiös? Elisabeth, heute geht's an Prospekte. Ich glaube an Prospekte. Moment! Elisabeth, den muss ich jetzt nehmen. Wir schlagen nun alle unser Gebetsbuch das Kuvert auf. Suchen uns die Stelle, an der Ahofer uns mit neuen Preisen segnen. Gepriesen seien die Preise. Er hat uns gesegnet mit minus 50 Prozent Wochenende. Schauen wir mal, welcher Apostel uns heute noch was zu erzählen hat. Tut mir leid. Wer sowas macht, der kann, der muss damit rechnen, dass es lustig wird. Versteht's? Wir lachen ja nähernd aus. Das ist ja... Warte, hey! Bist du, was ich glaub? Das erinnert mich nicht zu Eugenhoferhaus. Ich mein, das ist eh ein Hartzleben. Brauchen wir nicht reden. Als Eugenhoferhaus. Keiner mag dich. Ich will dich keiner sehen. Hey! Wo ist jetzt? Wir wollen schließlich von der Kanzel predigen heute. Gurken. Folle kurz auf bei den Gurken. Meine Oma hat die damals in den 50er Jahren Wochenmarkte entdeckt. Und zu derer haben sie gesagt, die werden eingeführt. Impotiert. Also, importiert quasi. An alle jungen Mädels da draußen. Junge Frauen. Wenn's hier geil ausschaut. So einen geilen Körper habt. Genießt es. Zeigts es her. Ich mein jetzt nicht mehr Bauchfrau und dass deine sich bis heim. Wie soll ich mein? Siegt sich schick an. Nicht geil. Sondern schick. Genießt die Zeit. Siehst? Du hast mich verstanden. Bis heim. Personalbetreuung. Ja. Bis Sonntag. Wisst du was das heißt? Personalbetreuung. Da steht eine Mann. Mit blauen Einweghanschuhe. Und sagt. Glammste Dina. Gneewige Frau. Hier ist in der Toilette. Putz dich zuerst noch. Und mach dir die Tür auf. Aber hey. Personalservice am Klo. Wenn du noch Fragen hast. Dann schreit mir einfach. Ich bin unter goll.live auf meiner Webseite erreichbar. Oder du möchtest mich bei der. Von der hast du jetzt das Video von mir gekriegt. Ich bin jetzt wieder dahin. Du findest mich sonst da auf TikTok. Macht es gut. Macht es besser. Und bis bald. Muah.